Arnold Schönberg sagte einmal über ihn, er sei der Erfinder des Schöpferischen. Die Rede ist von dem wohl bekanntesten amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, John Cage. Cage, der 1992 fast 80-jährig in New York gestorben ist, darf man ungestraft den Hauptvertreter der experimentellen Musik nennen. Er hat die Grenzen des herkömmlichen Musikbegriffs erweitert und zur Emanzipation des Geräusches beigetragen. Vor 26 Jahren startete John Cage in Bologna seine legendäre Performance Il Treno. Ein Eisenbergzug wurde dabei als Instrument und Bühne für Schauspieler und Musiker umfunktioniert. Eine Komposition im engeren Sinne gab es nicht, es ging um eine Verschmelzung von Kunst und Alltag. Im Rahmen des Festivals Experiment Geschwindigkeit wurde Il Treno an diesem Wochenende zwischen Göttingen und Kassel erstmals wieder zu neuem Leben erweckt. Otto Wien ist für uns mitgefahren. Wer für diese Reise eine Fahrkarte gelöst hatte, der begab sich auf eine einmalige akustische Abenteuerreise. Inszeniert hat diese Performance der Schweizer Komponist Daniel Ott. Er ist fasziniert von John Cages Performance Konzept, Kunst und Wirklichkeit zu verschmelzen. Kunst findet jeden Tag an jedem Bahnhof, in jedem Zug statt. Man muss nur wach genug sein oder man muss nur merken, dass hier ständig ganz spannende Sachen gleichzeitig passieren. Berliner Kunststudenten machten Il Treno zu einem Höhe- und See-Erlebnis. Eine Zugfahrt, wie man sie sich bisher nur in seinen künsten Träumen vorgestellt hat. Aber nicht nur die Passagiere kamen in den Kunstgenuss, sondern auch die Dorfbewohner auf den kleinen Bahnhöfen entlang der Strecke. Denn zum Gesamtkunstwerk Il Treno gehören auch die Aufführungen mit den Musikern vor Ort. Wir sind hier angekommen, haben aufgebaut und fangen an zu spielen und hoffen, natürlich auch ein bisschen lauter und ein bisschen interessanter zu sein als die anderen. Das ist ein kleiner Wettbewerb. Die Abschiede unterwegs, nahezu wehmütig. Il Treno, das ist ein Stück verwirklichte Utopie. Bilder, Geräusche und Lärm fügen sich zu immer neuen Erfahrungswelten zusammen. Spiel und Arbeit, Akteure und Zuschauer sind eins. Vielleicht wird in kaum einer Aufführung John Cage's Idee deutlicher, Musik ist Experiment und Entdeckungsreise. Das Ego des Komponisten ist nicht das Allerwichtigste, wie bei vielen europäischen Komponisten, sondern das Wichtigste ist, dass man was geschehen lassen kann. Wer einmal mit John Cage's Il Treno gefahren ist, der kann auch in alltäglichen Geräuschen Musik entdecken. Und nicht nur in der Welt der Eisenbahn. John Cage ist auch heute noch einfach modern. Modell. Vielen Dank.